Jan Sommer löst sein Schokoladenversprechen ein. Sommer ließ insgesamt 700 Kilo Schweizer Schokolade nach München liefern. Nach Sommers Patzer im Rückspiel gegen PSG war dieser so erleichtert über Delights Rettungsaktion, dass er Delikt einen LKW voller Schweizer Schokolade versprach. Nun hat Sommer dieses Versprechen tatsächlich eingelöst. Die Schokolade wurde allerdings nicht vor der Haustür von Matis Delikt abgestellt, sondern an die Münchner Tafel gespendet.